Im heutigen Video habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar mit jemandem, der fast schon Stammgast bei uns ist, nämlich Arne Scheel, dem ETF-Fondsmanager bei Luxor. In unserer letzten Interviewserie hat er uns in Berlin besucht, jetzt war ich bei ihm in Frankfurt gewesen und wir haben über die Themen ETF gesprochen, natürlich worüber sonst und konkreter über das Thema Short-ETFs, Tracking-Differenz und Wertpapierleihe. Viel Spaß bei diesem Interview! Heute haben wir wieder einen Gast, den ihr vielleicht schon kennt und zwar ETF-Fondsmanager Arne Scheel. Letztes Mal warst du bei uns gewesen in Berlin und jetzt hast du uns nach Frankfurt eingeladen, deswegen sind wir hier im wievielten, 28. Stock? 24. 24. Stock, haben eine super Aussicht, dafür ein bisschen Baugeräusche. Ich hoffe, man hört sie nicht so sehr. Danke für euren Besuch. Ja, es war nicht so einfach mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, aber wir haben es hingekriegt mit Sicherheitsabstand und allem, was man braucht. Ich hoffe, dass wir heute noch mal tiefer in das Thema ETFs einsteigen können. Wir haben einige fachliche Fragen vorbereitet, die du uns hoffentlich beantworten kannst. Sehr gerne. Sehr gut. Ich wollte direkt mal einsteigen mit ein bisschen was Komplexerem und zwar dem Thema Short- und Leverage-ETFs. Ja, weil gerade in der Vergangenheit wurden wir ja viel dazu gefragt, wie kann ich denn jetzt von fallenden Kursen profitieren. Ist jetzt keine Anlageempfehlung, sollte man nicht unbedingt machen. Inwiefern eignen sich ETFs, um Short-Positionen aufzubauen, also sprich von fallenden Kursen zu profitieren? Also wie du schon sagst, du hast recht. Das sind definitiv Spezialprodukte. Und was man wissen sollte, ist, dass diese Indizes, die hinter den ETFs stecken, immer von Tag zu Tag funktionieren. Warum funktionieren sie von Tag zu Tag? Weil man eben immer gleichbleibend von fallenden Kursen profitieren will. Das bedeutet, man will von Tag zu Tag immer sozusagen die positive Entwicklung des Indexes dann ins Negative ziehen. Also mathematisch ausgedrückt ein Mal minus 1. Und wenn man das nicht von Tag zu Tag machen würde, sondern sich das über mehrere Zeiträume, also mehrere Tage, größere Zeiträume hinweg anschaut, würde man eben nicht mehr genau dieses minus 1 haben, sondern man würde in ein Produkt investieren, wo man gar nicht weiß, wie reagiert es eigentlich auf die Wertentwicklung des Originalindexes. Okay. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine DAX Short. Das heißt, der DAX macht an einem Tag plus 2 Prozent. Und dann macht ihr das irgendwie, wie sagst du mir dann gleich, dass er quasi minus 2 Prozent macht? Genau. Also erst mal, wie du schon sagst, der DAX macht plus 2 Prozent. Der ETF, der Short-DAX ETF, bezieht sich dann aber auf den Short-DAX Index. Das heißt, der wird also ganz offiziell von der deutschen Börse berechnet. Und zum Beispiel jetzt der für ETFs übliche Short-DAX mal minus 1 macht eben genau das, was der DAX im Positiven macht, macht der ETF dann im Minus, beziehungsweise wenn der OriginalDAX runtergeht, macht das dann eben der Short-DAX Index im Positiven. Okay. Und wie macht ihr das dann konkret? Also welche Finanzprodukte nutzt ihr dann? Weil ihr könnt ja nicht einfach die Aktien kaufen. Genau. Also so ein Produkt kann man eben nicht voll replizierend oder physisch replizierend machen. Man kann also nicht in einem europäischen normalen Publikumsfonds einfach Short gehen, dass man sagt, ich verkaufe jetzt hier ein paar Bayer-Aktien und da ein paar Telekom-Aktien. Sondern man muss so einen Fonds dann synthetisch darstellen. Das heißt, das ist also die Swap-basierte Variante. Das heißt, man muss ein Tauschgeschäft machen, wo man mit einer Bank festlegt, es wird eben der Index Short-DAX abgebildet und nicht der Index MSCI World oder DAX oder S&P 500. Okay. Und könnt ihr auch eigene Short-Positionen, also sprich Leerverkäufe tätigen? Also dass ihr zum Beispiel jeden Tag sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel Bayer, Allianz, was auch immer und tätige einen Leerverkauf und close die Position zum Tagesende wieder? Nee, der Fonds darf das nicht. Der Fonds darf nicht eine Leerposition eingehen. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, wie man ein Short-Produkt eben hinbekommen kann, indem man es eben über die Swap-Variante, über die synthetische Abbildung macht. Ah, okay. Und welche Banken machen so was? Also läuft das dann mit Banken und wie sichern die sich quasi ab? Weil im Endeffekt gibt ja das Risiko quasi nur weiter. Genau, richtig. Mit wem macht man das? Man macht es mit internationalen Großbanken, die so etwas anbieten. Wir schreiben regelmäßig bei Luxor aus. Das heißt, dann haben wir sozusagen immer den besten Preis, der gerade im Markt verfügbar ist. Und was macht die Bank im Hintergrund? Die Bank im Hintergrund verkauft entweder die Aktien Short, das kann sie als Bank tun, oder noch viel wahrscheinlicher, sie verkauft einen Future-Kontrakt. Ein Future-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der sich auf den gesamten DAX-Index bezieht. Das heißt, dann hat man sozusagen ein Paket, was man en bloc dann leer verkauft, Short geht und muss nicht die einzelnen Aktien anfassen. Aber das ist wirtschaftlich gesehen, ist es dasselbe, ob man alle einzelnen Aktien leer verkaufen würde in der richtigen Gewichtung oder ob man einen Future-Kontrakt leer geht. Okay, verstehe. Und macht es nicht mehr Sinn als Anleger direkt in den Future-Kontrakt zu gehen? Dann umgehe ich nämlich einmal die Fondsgesellschaft und einmal die Bank? Genau, das kann man tun, aber die Hürden für einen Privatanleger sind sehr groß. A sind es, wie soll ich sagen, Bürokratie-Hürden. Man muss dafür extra sogenannte Options-in-Future-Depots anlegen und auch die entsprechenden dazugehörigen Verrechnungskonten. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste. Und das Schlimmste ist eigentlich die Losgröße. Ein Future auf den DAX ist sehr schwer, sehr teuer. Und eine Tausender-Stückelung. Ja, genau. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es 100.000 oder 250.000 sogar ist. Das heißt, wenn man dann von so einer sozusagen kleinsten handelbaren Einheit redet, dann würde es bedeuten, dass man, wenn man ein Future-Kontrakt verkauft, auf einmal sehr viel Geld haben müsste, weil man natürlich auch... Eine Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Genau, die Sicherheitsleistung hinterlegen muss, dass es eben, wenn diese Short-Position wieder geschlossen wird und man nicht genug Sicherheitsleistung hat, dann würde es automatisch passieren. Naja, okay. Und das bedeutet, also anders als jetzt bei klassischen ETFs, also Long-ETFs quasi, ist das Investieren in Short-ETFs eher kurzfristig gedacht, weil du ja nicht genau so die negative Wertentwicklung abbildest. Seht ihr das auch? Also in eurem Fondsvermögen wechselt das quasi wöchentlich oder wie ist da so der Durchlauf? Jetzt verglichen wir mit einem normalen Welt-ETF. Wir können ganz klar sagen, der normale Long-Only-ETF hat eine Haltedauer bei den meisten Privatkunden von einigen Jahren. Wie du schon sagst, die Short-Produkte, aber auch die gehebelten, die Leverage-Produkte sind kurz- oder mittelfristige Produkte. Hängt eben auch damit zusammen, dass wenn sich die Börse eben nicht so verändert, wie man es haben möchte, man täglich sozusagen etwas Leichtes verliert und das summiert sich eben über die Haltedauer auf. Das heißt, man muss so eine Position viel mehr im Blick behalten, als wenn man es jetzt vielleicht mit einer Anlageidee machen würde, die man mit einem Zeithorizont 15, 20 Jahre betrachtet. Und was sind da so ungefähr die TERs? Also so einfach von der Größenordnung, wie viel zahle ich mehr, um so etwas Spezielles abzubilden? Ich würde sagen, wo liegen sie ungefähr? Ungefähr bei 0,2 Prozent, 0,3 Prozent PA. Also jetzt auch nicht wahnsinnig teuer, aber es sind jetzt auch nicht eben diese Brot- und Butter-Indizes, wo man vielleicht mit 0,1 Prozent oder 0,12 Prozent unterwegs ist. Okay, interessant. Und kannst du nochmal diese Fahrtabhängigkeitssache erklären? Also warum kriege ich das als Short-ETF nicht hin, also zum Beispiel auf einen Dreimonatszeitraum genau die negative oder die inverse Rendite von meinem Index zu machen? Genau, das klappt auf täglicher Basis, aber sobald man länger als einen Tag geht, kommt es zu Abweichen. Wo dich kommt es? Es ist eine rein mathematische Sache, die dahinter passiert. Wenn du jetzt davon ausgehst, du bewegst dich um 5 Prozent von 100, dann sind es eben 5 in absoluten Zahlen ausgedrückt. Wenn du jetzt aber von 105 ausgehst, dann sind 5 Prozent eben leicht mehr als 5. Und da siehst du schon, dass wenn es also hoch geht, würdest du 5 gewinnen, aber wenn es runter geht, verlierst du leicht mehr als 5. Und das auf mehrere Tage aufgeschaukelt, kriegst du dann auf jeden Tag sozusagen ein bisschen was, was du verlierst. Aber das Produkt muss eben so funktionieren, weil ansonsten hättest du nicht diese tägliche Sicherheit, dass du täglich immer genau auf der entgegengesetzten Position bist, wie der DAX dann im Normalfall ist. Und es gibt gar keine Produkte, die sagen, okay, wir wollen nicht täglich abbilden, sondern wöchentlich oder monatlich. Dann kommst du in die Optionen rein. Also dann bist du in der Zertifikate-Welt bei den Optionsscheinen. Da kannst du so etwas machen, aber dafür kommen dann andere Faktoren rein. Da kommt dann ein Zeitwert rein. Das macht es dann nochmal um die Dimension komplexer. Ich glaube, bei den Short-Indizes, man weiß, dass man täglich genau ist. Man weiß auch, dass es, wenn die Börse sich immer so hin und her bewegt, also ich nenne es Schaukelbörse, dass da jeden Tag ein bisschen was dann abgeknabbert wird. Das ist aber nichts, was wir als Kosten haben, sondern es ist pur dieser mathematische Effekt. Und man muss es einfach im Blick behalten. Und man darf einfach so ein Produkt nicht als Langfrist-Investment oder wahrscheinlich sogar als Mittelfrist-Investment sehen, sondern nur kurzfristig, um Situationen abzusichern. Das heißt, mein Gewinnprofil ist eigentlich asymmetrisch, weil ich tendenziell immer ein bisschen was verliere, wenn gar nichts passiert. Richtig? Oder habe ich das falsch verstanden? Dieses klein bisschen Verlieren findet nur dann statt, wenn du sozusagen eine Schaukelbörse hast. Wenn du natürlich einen klaren Runtertrend hast, dann funktioniert es so, wie du willst. Wahrscheinlich nicht auf die letzte Nachkommastelle genau richtig. Aber man muss einfach wissen, dass über einen Drei-Monats-Horizont, wie du ihn eben nanntest, man auf jeden Fall eine Abweichung haben wird. Und diese Abweichung hängt davon ab, wie stark hat sich der Original-DAX-Index in unserem Beispiel in der Zwischenzeit bewegt. Hat er sich viel bewegt, genau, wird die Abweichung sichtbar sein. Wenn sie nur ganz klein war, wird sie vielleicht mikroskopisch groß sein. Aber man muss einfach wissen, auf den Tag genau funktioniert es. So lange oder sobald die Laufzeit länger als ein Tag ist, wird man eine Abweichung haben. Und die hängt davon ab, wie schwankungsintensiv der Original-Index war. Okay. Jetzt gibt es noch eine weitere Spezial-ETF-Familie, sagen wir es mal so, die Leveraged-ETFs. Das heißt, du hebelst. Es gibt ja auch die Kombination Short-Leverage. Aber bleiben wir mal beim Long-Leverage. Also, dass du quasi den DAX-Hebelst, sprich der DAX macht 1% plus, du machst dann plus 2% oder plus 3%. Wie macht man sowas auch über Swaps? Genau. Macht man A, auch über Swap, auch über die synthetische Variante. Und B, ist der Effekt eigentlich genau der gleiche, wie du ihn von den Short-ETFs kennst. Wenn es gegen dich läuft, verlierst du leicht mehr. Und die meisten Kunden, die so etwas kaufen, machen es sehr kurzfristig. Und es geht darum, dass man einfach wenig Kapitaleinsatz hat. Aber auch hier keinesfalls etwas für längere Anlagehorizont. Und im seltensten Fällen auch für Privatanleger. Ja, man muss genau wissen, was man tut. Darfst du diesen Leveraged auch selbst abbilden als Fonds oder auch nicht? Also, du darfst keinen Kredit aufnehmen und dann mit geliehenem Geld quasi in Aktien investieren. Oder ginge das Theorie? Die Kreditaufnahme für einen europäischen Usage-Fonds ist begrenzt. Man würde es wahrscheinlich gerade hinkriegen, es dann auch physisch zu tun. Der Aufwand ist allerdings sehr groß, dass ich also keinen gehebelten Fonds kenne, der das wirklich in der physischen Variante macht. Sondern da ist es mit der Swap-Variante dann erheblich einfacher. Was man auch noch wissen sollte ist, wo man auch sozusagen die Unterscheidung zwischen Zertifikat und Fonds machen kann. Ein Fonds darf maximal zweifach gehebelt sein. Ein Zertifikat kann auch 10, 20, 30, 50-fach gehebelt sein. Aber sobald man etwas hat, was einen Hebel von größer 2 hat, kann es kein Fonds mehr sein. Ah ja, okay, interessant. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Was ist mit auf Rohstoffe? Ich habe mal so gewisse ETCs gesehen, die glaube ich mehr als zweimal gehebelt waren. Kann das sein? Genau, aber da bist du dann im ETC, Schuldverschreibung besichert, aber eben nicht mehr in der Fonds-Sondervermögenwelt unterwegs. Gehen wir mal vielleicht gerade in das Thema Rohstoffe. Also was ist der Unterschied jetzt zwischen ETC und einem ETF? ETF ist die Fondswelt. Also der ETF kann man eigentlich sagen, ist nur eine Sondervariante des normalen Publikumsfonds. Er hält sich eben in den meisten Fällen sehr passiv. Er ist börsennotiert. Das ist der ETF. Wenn du dagegen Richtung ETC gehst, ist es eine Schuldverschreibung. Also ein Schuldversprechen eines Emittenten. Das heißt, man sollte immer mal gucken, wer ist denn überhaupt derjenige, der dieses Schuldversprechen ausspricht? Wem gebe ich denn überhaupt mein Geld? Das heißt, hier gibt es keine Sondervermögensregelung. Korrekt, genau. Es ist eine absolute Schuldverschreibung. Man kann bei manchen ETCs dann allerdings noch sehen, dass es noch eine Besicherung gibt. Diese Besicherung ist aber einfach eine Besicherung, die der Emittent vornimmt. Und da muss man dann auch gucken, wie findet diese Besicherung denn statt? Was sind denn die Besicherungsgegenstände? Genau. Aber hier sieht man ganz klar, Einzelrohstoff, wenn es jetzt zum Beispiel ein ETC auf Öl ist, kann nur ein ETC sein, weil für einen Fonds ist nicht ausreichend gestreut. Das heißt, da fehlt einfach die Streuung in dem Produkt. Wenn es also ein Fonds sein sollte, ein ETF, dann muss es mehr als nur Öl sein. Deswegen, wenn man sich mal so ETFs auf Rohstoffe anguckt, das ist meistens ein ganzer Strauß von 10, 15, 20 Rohstoffen, die da abgewildert werden. Okay, ist ja auch das Thema Gold. Ich glaube, in Deutschland kannst du ja keinen Gold-ETF haben per se, also wo nur Gold drin ist, aus diesem selben Grund. Genau, richtig. In der Schweiz geht das aber? Genau, in der Schweiz geht es, weil die Schweiz nicht EU ist und damit nicht sozusagen europäisches EU-Fondsrecht hat. Das heißt, die üblichen Goldprodukte, die man am deutschen Markt sieht, Cetragold, Euvaxgold, sind dann auch ETCs, also Inhaberschuldverschreibung, dann wiederum aber auch besichert. Besichert mit dem entsprechenden Rohstoff dann? Bei Cetragold auf jeden Fall, bei Euvaxgold auch. Natürlich gibt es ja noch andere Varianten von anderen Anbietern, da weiß ich es nicht genau. Aber da sieht man auch wieder Unterschied, Inhaberschuldverschreibung, ETC, ETF gleich Fonds gleich Sonderfirma. Okay. Und darfst du ein ETF aufsetzen, wo ein gewisser Prozentsatz Rohstoffe drin sind? Also angenommen, der Rest ist gut gestreut? Ja, das ist kein Problem. Üblicherweise, wenn man das jetzt so in einem Dach-ETF macht, also ETF auf ETFs zum Beispiel, dann würde man da in ein ETC rein investieren. Weil der Fonds selbst natürlich jetzt wie eine Aktie nicht einfach in Gold investieren kann, weil der Fonds natürlich kein Tresor hat, wo er das Gold reinlegen kann. Sondern dann würde dann ein Dach-ETF zum Beispiel Cetragold kaufen. Kommen wir mal zur Frage der Indexanbieter. Die Indexanbieter sind ja quasi omnipräsent im Namen von jedem ETF, meistens sogar drin. Meistens drin, genau. Welche sind so die größten Anbieter und wie geht ihr vor, wenn ihr die aussucht? Also sicherlich der größte Anbieter weltweit ist MSCI, also Morgan Stanley Capital International, hat jetzt aber nichts mehr mit der US-Investmentbank Morgan Stanley zu tun. Die sind besonders groß bei institutionellen Investoren, weil die ein weltweites System haben, wie sie fast jedes Land, oder eigentlich fast jedes Land, was investierbar ist, dann nach einer gleichen Systematik abbilden. Ansonsten gibt es natürlich noch für jedes Land immer einen lokalen oder einen Spezialanbieter, den man bevorzugt, weil er einfach den bekannten lokalen Index abbildet. Deutsche Börse mit DAX, vielleicht FTSE für den FUZI 100 oder vielleicht Standard & Poor's Dow Jones für Standard & Poor's, also S&P 500 oder Dow Jones Industrial, genau. Okay, und wie entscheidet ihr euch für den entsprechenden Index? Ja, also es ist ein sehr vielschichtiger Entscheidungsprozess. Es kommt immer darauf an, was will man denn abbilden? Es gibt einfach ein paar Indizes, um die kommt man schlecht herum, muss man ganz klar sagen. Also der DAX ist, glaube ich, für Deutschland einfach so ein Standardindex, dass man da schwierig drumherum kommt, wenn man jetzt für die Zielgruppe deutsche Investoren auch den deutschen Aktienmarkt abbilden will. Wenn das Anlagethema spezieller wird, muss man wirklich viel, viel breiter schauen. Da muss man schauen, wer ist gut in seinem Indexkonzept, wer hat vielleicht auch bei einem bestimmten Thema ein gewisses Know-how. Also wir waren jetzt zum Beispiel gerade dran und haben ETFs aufgelegt zum Thema Klimawandel. Also Begrenzung, Treibhausgase, Begrenzung, insgesamt Erderwärmung. Und da muss man natürlich gucken, wer hat Konzepte, die sind vernünftig, wo kriegt der Indexanbieter seine Daten her und wie verwendet er sie auch. Und da ist natürlich dann nicht ganz so klar, dass man sagt, das muss Anbieter A oder B sein, sondern da sind natürlich dann mehrere in der Endauswahl und dann das beste Konzept schlägt dann einfach. Okay, das heißt, bei ESG, also bei diesen nachhaltigen Fonds, schaut ihr euch dann andere Anbieter an oder sind es in der Regel auch dieselben Anbieter, die da? Nee, es sind eigentlich schon, es ist der gleiche Anbieterkreis und dann kommt es wieder darauf an, was will man denn mit ESG im Konkreten machen. Will man jetzt den DAX haben, dann liegt der DAX 50 ESG sehr nahe, der kommt dann eben auch aus der DAX-Familie und kommt von der deutschen Börse. Wenn man jetzt ESG vielleicht weltweit Industrienländer machen will, dann ist der MSCI World wahrscheinlich der Klassiker auf der, nennen wir es mal konventionellen Seite und ist wahrscheinlich dann auch der MSCI World ESG oder ESG Screens oder SRI dann auf der Nachhaltigkeitsseite die naheliegendste Lösung. Könntet ihr euch eigentlich auch als Fondsgesellschaft einen eigenen Index bauen, den ihr dann quasi selbst nachbildet? Also dass ihr quasi sagt, das hier sind unsere Regeln, das ist unser Index und den bilden wir jetzt auch direkt nach? Also ja, kann man. Der Regulator, sprich die Aufsichtsbehörde, macht es einem aber nicht besonders schmackhaft. Das heißt also, man sieht ganz klar in letzter Zeit einen Trend von selbstgerechneten Indizes weg hin zu komplett externen Indexanbietern. Und diesen Trend sind wir auch mitgegangen, weil der Regulator, die Aufsichtsbehörde möchte einfach, dass da eine klare Aufgabenteilung entsteht und dass da auch keine Interessenskonflikte auftauchen. Klar, man gibt natürlich einen Teil der Wertschöpfungskette aus dem Haus raus, könnte man vielleicht noch ein klein bisschen sozusagen noch in der Wertschöpfungskette mitverdienen als Fondsgesellschaft, aber ich sehe ganz klar... Oder den Index günstiger machen. Ja, natürlich, weil man eine Inhouse-Verrechnung hat zum Beispiel, genau. So etwas gab es bei ComStage auch. Wir haben dann aber nach einer Zeit auch ganz klar gesehen, dass das nicht mehr der Trend war und der Regulator es auch nicht mehr so toll fand. Und dann sind wir auch von eigengerechneten Indizes weggegangen. Und ich glaube, das ist der ganz klare Trend, dass da eine Aufgabenteilung... Und muss man die Teams dann teilen? Also musst du halt... Oder was ist so die Komplikation, die regulatorische? Die regulatorische Komplikation ist, dass man sehr viel an Grundvoraussetzungen erfüllen muss. Klar, es war auch damals schon so, dass es verschiedene Teams waren, die das gemacht haben. Und das Index-Komitee war zum Beispiel völlig getrennt von der Abteilung, die es genutzt hat. Aber trotzdem ist diese Inhouse-Lösung einfach aus regulatorischer und auch aus, nennen wir es mal, Gewaltentrennungssicht nicht die Situation der Zeit. Und wenn ihr jetzt neue Themen abbilden wollt, geht ihr dann auch auf die Index-Anbieter zu? Und zum Beispiel so etwas wie E-Sports oder solche Dinge, das sind ja jetzt noch eher Nischen-ETFs oder Nischen-Indizes, wo gerade mal 30 Werte drin sind oder so. Wie würdet ihr so etwas abbilden? Ja, absolut, genau. Also du hast ein Thema, wo du dir überlegst, darauf will ich ein ETF auflegen. Und dann gehst du zu den Index-Anbietern, wo man erstmal jetzt im ersten Schritt glaubt, die können so etwas besonders gut. Und sagt, macht mir doch mal einen Vorschlag, wie würdet ihr es denn umsetzen? Was ganz wichtig ist, wenn man seine Index-Anbieter auswählt, ist, dass sie natürlich ein solides Grundgerüst da haben. Was ist ganz wichtig? Sie müssen die Dividenden richtig berücksichtigen. Sie müssen sämtliche Kapitalmaßnahmen, Aktien-Splits, D-Listings, Neuaufnahmen, also alles, was während der Laufzeit des Index passieren kann, müssen sie einfach sauber abbilden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das tun auch alle Großen. Wenn man jetzt aber zu ganz exotischen Index-Anbietern vielleicht gehen würde, müsste man wahrscheinlich da auch nochmal tiefer reinschauen, wie gut sind die da drin, weil es natürlich für uns ganz wichtig ist, dass der Index auch das tut, was am Markt üblich ist, dass das umgesetzt wird, was auch wirklich mit diesen Aktien dann passiert. Und wir müssen natürlich in der Lage sein, es dann auch umzusetzen für den Fonds, weil sonst würden wir natürlich eine Abweichung produzieren. Ah ja, okay. Das heißt, im Endeffekt müsst ihr aber diese ganzen Kapitalmaßnahmen selbst im Fonds auch nochmal nachbilden. Also das macht ja nicht der Index-Anbieter für euch. Genau richtig. Also wenn ihr zum Beispiel einen Aktien-Split habt oder so, dann betrifft das ja euch direkt den Fonds und angenommen, der Index-Anbieter würde das falsch darstellen. Genau. Dann würde es nur zu einer Abweichung kommen. Genau richtig. Genau richtig. Und das wollen wir eben natürlich nicht. Unser Ziel ist es natürlich, möglichst dicht am Index zu sein. Aber genauso wichtig ist der Schritt davor, der Index muss möglichst dicht an der Realität sein. Okay. Und wie kann ich das sicherstellen als Privatanleger? Ich meine, ich finde es immer relativ schwierig zu schauen. Du hast zwar im Factsheet, können wir später nochmal darüber sprechen, so einen Bereich oder meistens so eine kleine Tabelle mit Abweichung zur Benchmark, so auf einen Monat, drei Monate, ein Jahr. Das berechnet ihr natürlich als Fondsgesellschaft. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich als Privatanleger, das mal zu vergleichen? Oder mal zu schauen, wie läuft denn mein Fonds zum Index? Ich persönlich finde, dass die Kennziffer-Tracking-Error eine schwierige Kennziffer ist. Weil es hängt auch ganz hart davon ab, oder ganz stark davon ab, was ist denn überhaupt der Index-Typ, mit dem man seine Fondswertentwicklung vergleicht. Also wie werden die Dividenden zum Beispiel berücksichtigt? Das Thema Quellensteuer. Damit kann man sich Tracking-Errors produzieren, die in Wirklichkeit aber für das Anlageergebnis nicht böse sind. Das heißt, nur auf die Kennziffer-Tracking-Error zu schauen, finde ich, ist ein Schritt zu wenig. Ich würde erst mal auf die Tracking-Differenz gucken. Was ist der Unterschied? Genau, die Tracking-Differenz ist die Abweichung, die pure absolute Abweichung, zum Beispiel auf ein Jahr gesehen, zwischen Indexwertentwicklung und Fondswertentwicklung. Und wenn man feststellt, dass der ETF zum Beispiel dem Index um ein halbes Prozent, drei Viertel Prozent vorne liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es was mit Dividenden und Quellensteuern zu tun hat. Wenn der Index vorne liegt? Sorry, der ETF. Sorry, das hat mich versprochen. Es sollte der ETF sein. Wenn der ETF vorne liegt, dann stellt man fest, dass er quasi schon vielleicht Dividenden kassiert hat, die im Index nicht richtig berücksichtigt wurden oder dass zum Beispiel die steuerliche Situation des Fonds besser war, als es im Index angenommen wurde. Okay. Und dann hat man jetzt eine relativ hohe Abweichung. Die gefällt einem aber, weil sie für einen ist, weil sie zugunsten des Fonds ist. Aber das produziert natürlich gleichzeitig einen höheren Tracking-Error, weil der Tracking-Error die Volatilität ist, mit der der Index vom ETF abweicht. Das heißt... Also man muss aus meiner Sicht immer beide zusammen betrachten und nur den Tracking-Error alleine zu betrachten, ist für mich zu wenig. Okay. Das heißt, um es nur zu verstehen, ich nehme also quasi die zackige Linie vom Index, ziehe die quasi glatt als Linie und gucke, wie der ETF davon abweicht. Und je stärker das um diesen Index schwankt, desto höher ist mein Tracking-Error. Genau richtig. Genau. Es ist die Standardabweichung mathematisch gesehen. Ganz wichtig dabei ist allerdings noch, wenn man das sozusagen zu Hause selbst macht, muss man ganz stark aufpassen, welche Daten verwendet man. Ja, ja. Weil wenn man selbst ein ETF gegen Index-Vergleich macht, muss man aufpassen, dass man die richtigen Währungen vergleicht. Man muss aufpassen, dass man richtige Kurse für den ETF verwendet. Also Börsenschlusskurse oder Börsenkurse klappen nicht, sondern es muss der Netto-Inventarwert sein, der einmal am Tag von der Fondsgesellschaft veröffentlicht wird, weil nur der bezieht sich auch wirklich auf den Schlusskurs des Index. Das heißt also, wenn man jetzt... Spielt das langfristig eine Rolle? Ja, definitiv. Definitiv. Also gerade bei der Berechnung des Tracking-Errors, stell dir mal vor, du hast einen Nikkei-ETF. Der Nikkei macht deutscher Zeit irgendwie früh morgens 7 Uhr zu und du nutzt jeden Tag für deine Berechnung, die du anstellst, immer den Schlusskurs des Nikkei. In Yen. Wunderbar. Und dagegen nimmst du aber einen ETF-Kurs von 20 Uhr 17.30 Uhr, wann deutsche Börsen zumachen. Da hast du sozusagen einen ganzen europäischen Tag, der die Abweichung produzieren wird und das wirst du natürlich besonders in der Tracking-Error-Berechnung ganz stark sehen. Und das wird sich nicht auf ein Jahr gesehen zum Beispiel ausgleichen? Nee. Ah ja, okay. Interessant. Und jetzt gibt es ja noch verschiedene Index-Typen, also MSCI World ist ja einfach nur so leicht dahergesagt, aber im Endeffekt, es gibt ja hunderte Varianten, wer weiß nicht, ob hunderte, aber zig Varianten vom MSCI World. Was ist denn der Richtige? Für welchen entscheidet ihr euch oder worauf muss man da so achten, wenn man den für seinen Fonds passenden MSCI World zum Beispiel raussucht? Also es gibt im Grundkonstrukt von den meisten Indizes drei Varianten. Das ist einmal der Preisindex, ohne Berücksichtigung von Dividenden. Für euch nicht interessant in der Regel, außer bei Swappern vielleicht? Nee, eigentlich gar nicht interessant, weil was sollte mit dieser Dividende passieren? Also die kriegt der Fonds ja, ob er sie jetzt über den Swap kriegt oder ob er sie direkt als Vollreplizierer eingezahlt kriegt. Also wenn man sich einen Preisindex nehmen würde, wäre man im ETF immer zu gut. Das sieht also toll aus, weil man immer seinen Index schlägt. Super gute Tracking-Defense. Genau, super. Dann hat man das andere Ende, das ist der Total Return Index. Kurze Frage, wäre das sogar legal, sowas zu machen? Weil im Endeffekt ist es ja quasi de facto der falsche Index. Oder würde sowas direkt von Anvestoren entlarvt werden? Weil es ist ja eine schöne Methode, seine Benchmark zu boosten. Absolut, aber man muss auch bedenken, dass es manche Indizes gibt, die einfach in der Preisvariante bekannt sind. Also der S&P 500 ist in der Preisvariante bekannt. Den kennt niemand in der Total Return, also komplett mit Dividenden-Variante. Das heißt, die ETFs haben alle eine positive Tracking-Differenz. Wenn man das tun würde, genau. Also in letzter Zeit sieht man aber auch eine ganz klare Tendenz, dass nicht mehr Preisindizes verwendet werden, sondern dass man zu den Indizes geht, die möglichst nah an der Realität sind. Ganz genau auf die spezielle Situation des Fonds wird man nie kommen mit der Wahl seines Index. Aber man kann natürlich probieren, dass man möglichst nah rankommt. Ich habe dich eben unterbrochen, sorry. Also es gibt den Preisindex und welche anderen Varianten gibt es noch? Genau, der Preisindex ist die Variante komplett ohne Dividenden. Dann gibt es die andere Variante, das ist komplett mit Dividenden, das ist Total Return. Und dann gibt es in der Mitte noch eine Variante, die heißt Total Return Net. Das heißt also inklusive Dividenden, aber abzüglich der Quellensteuern. Und diese Total Return Net Variante ist aus meiner Sicht die in den meisten Fällen besten geeignetste, weil man eben Dividenden mit berücksichtigt und man geht davon aus, dass einfach Quellensteuern anfallen. Ob die in dem Indexkonzept angenommene Höhe der Quellensteuer auch genau die ist, die der Fonds zahlt. Natürlich nicht in 100% der Fällen, aber aus meiner Sicht ist von diesen drei Varianten, die üblich sind, ist diese inklusive Dividenden abzüglich Quellensteuer ist die, die dem Fonds und seiner Realität des Investierens am nächsten kommt. Vielleicht nur noch mal ganz kurz Quellensteuer. Ich habe Aktien im Ausland gekauft und habe dort Gewinne gemacht. Das heißt, ich muss dann dort auch Steuern bezahlen. Das heißt, es werden... Weniger Gewinne, normalerweise Ausschüttung eher. Okay. Also Kursgewinne nicht, sondern in den allermeisten Fällen vielleicht spezielle Kapitalseite, Kapitalmaßnahmen schon, aber jetzt im Normalfall sind es eigentlich nur Dividenden und vielleicht Zinserträge, wenn man jetzt über die Zinsseite redet. Klingt jetzt einfacher als es ist, weil es kommt ja auch immer darauf an, wo der entsprechende Fonds sitzt. Genau. Es muss ja irgendwie ein Land sein, wo du viele Doppelbesteuerungsabkommen hast, also wo du deine Quellensteuerbelastung senkst. Genau. Also wenn du zum Beispiel in einem Land wärst, ich habe jetzt kein Beispiel, aber was so gut wie keine Doppelbesteuerungsabkommen hat, wo du überall die volle, 100%ige Quellensteuer zahlen musst. Genau. Genau richtig. Das heißt so nochmal, das Domizilland ist auch nochmal entscheidend, hauptsächlich jedoch bei den Vollreplizierern. Bei den Swappern ist es nicht relevant, weil die Wertentwicklung kommt ja über das Tauschgeschäft, den Swap. Das heißt, damit ist dann die steuerliche Situation des Swap-Domizilfonds dann nicht relevant. Gibt es überhaupt Tracking-Differenzen bei Swap-ETFs oder per Definition nicht? Doch. Es gibt auch da Differenzen, weil natürlich auch diese Quellensteuern von dem Swap-Partner, der dieses Swap-Geschäft abschließt, auch gezahlt werden. Das heißt, vielleicht hat der jetzt ein Handelsbuch im Land A, wo er ein bisschen weniger Zeit oder im Land B, wo er ein bisschen mehr Zeit. Das nehmen wir natürlich auch unter Berücksichtigung, wenn wir die Swaps ausschreiben. Aber auch damit kommt es zu Tracking-Differenzen. Definitiv, ja. Die sind meistens nicht sehr groß, aber sie sind da. Okay. Und wo spielt jetzt die Währung eine Rolle bei dem Ganzen? Weil du sagtest ja, es gibt diese drei großen Kategorien und die gibt es ja dann nochmal multipliziert mit der Anzahl der Währungen. Genau richtig. Also so ein MSCI World kann man sich in fast jeder beliebigen Währung der Welt überlegen. Aber das ist aus meiner Sicht nur immer eine Frage der Betrachtung. Ist nicht das Logischste, immer US-Dollar zu machen, weil das ja die größte Währung in diesem Fonds ist? So sieht es sicherlich MSCI World, weil sie natürlich auch als amerikanische Indexanbieter eine starke US-Brille aufhaben. Andererseits könntest du auch sagen, aus europäischer Sicht könnte man die Euro-Währung verwenden. Aber du hast schon recht, der übliche MSCI World ist der US-Dollar-MSCI World. Schwierig wird es, wenn du jetzt irgendwie Länder hast wie ein MSCI Taiwan. Der wird häufig dann auch in US-Dollar berechnet, weil dann auch die Fondswährung US-Dollar ist und nicht jetzt irgendwie taiwanesischer Dollar. Aber das ist dann sozusagen etwas, wo man beim Vergleich aufpassen muss, dass man sowohl seine Fondspreise als auch den Index in der gleichen Währung hat, weil ansonsten steht man irgendwann vor der Frage und da gibt es einige Investoren, die vor der Frage stehen, wenn der Dollar irgendwie abwertet, warum ist mein Amerika-ETF eigentlich schlecht gelaufen und dann hat es nichts mit dem ETF zu tun, sondern es ist wirklich nur die Währung, die man betrachtet und die muss man eben in dem Vergleich sowohl für den ETF als auch für den Index gleichsetzen. Okay, verstehe. Vielleicht ganz kurz noch dazu. Was auch tückisch ist, ist, wenn man Webseiten verwendet, die solche ETF-Vergleiche anbieten, wo man aber nicht genau kontrollieren kann, was sind eigentlich die Daten, die dafür verwendet werden. Das heißt, wenn man es ganz genau machen will, um wirklich seinem Ergebnis auch zu glauben, muss man eigentlich die Daten unter Kontrolle haben oder man muss, wenn man eine Webseite verwendet für den Vergleich, genau wissen, welche Daten sind es eigentlich, weil da kann man sehr schnell dann sozusagen sehr datengläubig werden, obwohl der Input der Daten schon nicht zu dem Vergleich passt. Kriege ich als Privatanleger denn überhaupt die Daten von MSCI? Also ich habe gesehen, man kann sich da auf der Webseite was ziehen, aber sind das im Endeffekt auch die Daten, die ihr bezieht? Also jeder Datenanbieter macht sein Geschäft nicht nur mit der Lizenz für die Markennutzung, die wir kaufen müssen, sondern auch mit der Datenseite. Aber es ist so, dass eine ganze Vielzahl von Daten auch kostenlos der Allgemeiner zur Verfügung gestellt wird, wovon man nicht ausgehen kann, ist, dass es Realtime passiert, also dass man es per Jetzt weiß, sondern vielleicht sind da zwei, drei Wochen Verzögerung drin. Damit kann man aber in den meisten Fällen als normaler Investor ganz gut umgehen. Ansonsten die Webseiten der ETF-Anbieter haben auch auf jeden Fall immer den NRV zum Download und dann muss man zusehen, dass man sich dann den richtigen Index dazu macht. Was ich noch sagen will, ist... Fast schon für Geeks sowas machen zu machen. Da muss man Spaß dran haben, absolut. Wo ich nur warnen möchte, ist sozusagen die Datengläubigkeit, denn wenn man schlechte Daten hat, kommt eben dann auch meistens ein schlechtes Ergebnis bei uns. Und jetzt gibt es ja auch eine positive Tracking-Differenz, hast du ja eben schon angesprochen. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Fonds eine niedrigere Quellsteuerung hat, als es jetzt zum Beispiel angenommen ist in der Net-Variante oder Wertpapierleihe. Richtig? Wie stark wirkt sich das aus? Also wie viel kann man mit einer Wertpapierleihe zusätzlich verdienen und einen positiven Unterschied machen, also positive Differenz? Also wir machen gar keine Wertpapierleihe aktuell mehr, schon seit einiger Zeit. Ist es nicht mehr lukrativ? Ja, es ist sehr wenig lukrativ. Man muss, wenn man sich Wertpapierleihe anguckt, stellt man fest, dass Wertpapierleihe meistens auf Einzelaktien spannend ist und dann nur für kurze Zeit. Wann ist das der Fall, wenn irgendeine Übernahmefantasie da ist, wenn da irgendein großer Aufkäufer da ist, der für irgendeine Transaktion, die er vorhat, sich Wertpapiere leihen möchte. Und dann sucht er natürlich sich große Investoren, die verleihen. Aber häufig sind das wirklich Situationen, die sich auf Einzelaktien beschränken und dann auch nur für ein, zwei, drei Monate, sodass es im großen Stil für den ETF-Anbieter in letzter Zeit nicht mehr wirklich spannend geworden ist, da in Wertpapierlei überhaupt unterwegs zu sein. Aber die Wertpapierlei ist dann immer auf Einzelaktienniveau. Also du kannst dich dein Gesamtportfolio verleihen, das meine ich dann? Man kann beides tun, aber ich sehe einen Trend, dass es immer unspannender wird, weil immer weniger Erträge dadurch reinkommen und deshalb weniger ETF-Anbieter auch tun. Okay. Ich habe jetzt mal auf der DWS-Seite gesehen, bei irgendeinem Fonds, den ich mir angeschaut habe, dass die Wertpapierlei 0,08% reinholen wollen. Ist das realistisch? Oder war das 0,008%? Hängt davon ab, wie exotisch der Fonds wirklich ist. Also man kann eigentlich sagen, Das war ein weltweit gestreuter. Halte ich fast schon für ein bisschen sportlich. Also wenn dann 0,008%, ich glaube, muss ich probieren. Genau, also je standardmäßiger eine Aktie ist, desto unlukrativer ist das eigentlich, eine Wertpapierleihe zu betreiben. Je exotischer es ist, desto spannender kann es sein, weil dann einfach weniger Aktien unterwegs sind und dann sind natürlich auch die Entleihungsgebühren, die jemand bereit ist. Das heißt, bei Small- oder Micro-Cap-Fonds wird es sich dann schon eher lohnen oder so ganz spezifische Länder. Ja, genau, aber das ist eben sehr situationsabhängig. Also auf dem DAX oder auf dem MSCI World halte ich es derzeit für nicht wirklich lukrativ und dann macht der Aufwand jedoch im Keimverhältnis zu den Erträgen beziehungsweise zu dem möglichen Risiko, was man dadurch dann eignet. Okay. Ich hoffe, dir hat der erste Teil meines Interviews mit Arne gefallen. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, solltest du uns auf jeden Fall abonnieren und wenn der zweite Teil schon raus und publiziert ist, dann wirst du ihn hier finden. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Finanzprodukte und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.